Diese hier angebotene E4-Zimmerwohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 125 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2600 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017